Was bedeutet es, seine Nummer 1 zu sein? Was brauchen Männer, um wirklich glücklich in einer Beziehung zu sein? Und wie kannst du das alles umsetzen, ohne dich selbst dabei aufzugeben oder zurückzustellen? Was bedeutet es, seine Nummer 1 zu sein? Erstens, deine Gefühle sind ihm wichtig. Wirklich wichtig. Er will, dass es dir gut geht und er will alles tun, was er kann, damit du glücklich bist. Zweitens, er nimmt sich Zeit für dich. Er plant Dates, die dir Freude machen. Er plant dich in seine Woche ein. Du bist ein fixer Bestandteil seines Lebens. Drittens, er ist dir treu. Du kannst ihm vertrauen. Er sagt dir die Wahrheit. Er weiht dich in seine Pläne und Aktivitäten ein. Da ist Transparenz. Du weißt einfach, dieser Mann ist ehrlich und authentisch und du kannst ihm vollkommen vertrauen. Und viertens, er respektiert deine Wünsche und Bedürfnisse. Und auch wenn ihr nicht immer gleicher Meinung seid, wird er trotzdem respektieren, dass du eine andere Meinung hast und wird das wertschätzen. Und das bedeutet es, seine Nummer 1 zu sein. Das wollen wir natürlich alle. Und wie du dahin kommst, erfährst du gleich. Aber davor, lass uns noch kurz darüber sprechen, was bedeutet es nicht, seine Nummer 1 zu sein? Seine Nummer 1 zu sein bedeutet nicht, dass er alles liegen und stehen lässt für dich. Ein Mann, der in seiner maskulinen Energie ist, der bleibt auch seinen anderen Verpflichtungen und seinen anderen Träumen treu. Der wird nicht einfach alles aufgeben für dich. Das wäre ein sehr egoistisches Bedürfnis, zu sagen, jemand muss alles für mich liegen und stehen lassen. Und es würde den Mann auch in seiner männlichen Energie massiv schwächen, wenn er von der Frau dazu emotional gezwungen wird. Also wenn er da manipuliert wird dazu, das zu machen, ist das wahnsinnig schlecht für den Mann. Und das bedeutet nicht, seine Nummer 1 zu sein. Das würde heißen, man hat komplette Kontrolle über den Menschen. Natürlich, wenn du seine Nummer 1 bist, wird er an seinen Projekten arbeiten, aber er wird für Ausgleich sorgen. Es kann sein, dass er sagt, hey, ich arbeite jetzt eine Zeit lang an diesem Projekt, jetzt habe ich weniger Zeit für dich, aber im Anschluss daran verbringen wir wieder mehr Zeit. Also er wird dir zeigen, dass ihm bewusst ist, dass du wichtig für ihn bist, aber er wird nicht seine anderen Projekte und Aktivitäten vernachlässigen. Zweitens bedeutet es auch nicht, dass er alles tut, was du willst. Wenn er alles tun würde, was du willst, dann wäre er dein Clown, dein Schoßhund. Ein maskeriner Mann hat seine eigene Meinung und steht auch dazu. Und das ist ja auch das, was einen Mann attraktiv macht. Niemand will einen Mann, der einem alles nachplappert und nur das tut, was du willst. Das wäre total unattraktiv. Er wird also tun, was er will, aber er wird dich damit nie verletzen. Er wird immer darauf achten, dass er respektvoll und wertschätzend seine Meinung kommuniziert. Und drittens, dass du die Nummer 1 für ihn bist, bedeutet nicht, dass er nur noch zu Hause sitzt und nur noch mit dir Zeit verbringt. Das wäre jetzt wieder ein kindlicher Wunsch nach totaler Kontrolle. Das kommt vielleicht aus einer totalen Verlustangst heraus, aber das ist keine erfüllende Beziehung. Das ist nicht seine Nummer 1 zu sein. Das wäre dann seine einzige Bezugsperson zu sein und das macht eine Beziehung nicht glücklich. Ein maskuliner Mann oder ein Mann, der dann wirklich gut in seiner Energie ist und verzeihe den Ausdruck maskuliner Mann, das ist ja wie ein kleiner Zwerg, nicht? Aber ein Mann, der gut in seiner Energie ist, sagen wir mal so. Ein Mann, der gut gestärkt ist in seiner Energie, der wird auch seine eigenen Dinge unternehmen wollen. Der wird mal ein Wochenende mit den Freunden wegfahren. Der wird mal mit den Kumpels Fußball schauen gehen. Der hat seine Hobbys und das ist ganz, ganz wichtig. So ein bisschen Distanz ist wahnsinnig wichtig für die Beziehung. Er wird also auch andere Menschen und Aktivitäten haben, die ihm wichtig sind. Vielleicht die Kinder aus der vorigen Ehe. Vielleicht kümmert er sich um seine Mutter, die ihn braucht. Das ist wichtig. Das ist absolut wichtig und das ist absolut okay. Aber natürlich wird er trotzdem immer dafür sorgen, dass er auch Zeit für dich hat. So, was brauchen Männer jetzt, um so glücklich mit dir zu sein, dass er sagt, ich will diese Frau lebenslang zu meiner Nummer 1 machen? Was braucht er? Erstens, Freiheit. Dass er das Gefühl hat, dass er machen kann, was er will. Dass er nicht kontrolliert wird, dass er selber seine Entscheidungen treffen kann. Da ist halt wichtig, dass er jetzt nicht das Gefühl bekommt, dass du traurig bist, nur weil er zum Fußball geht. Weil dann hat er keine Freiheit mehr. Das ist nicht Freiheit. Weil wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt dreimal die Woche Fußball spielen gehen und dann ist die Frau, das ist so traurig und jetzt bin ich ganz alleine dreimal die Woche, dann hat er nicht mehr Freiheit. Sondern ist er emotional manipuliert. Also er braucht seine absolute Freiheit. Und übrigens, wenn du jetzt sagst, ja, aber der Mann, der hat so ein großes Freiheitsbedürfnis und der will jetzt fünfmal die Woche Sport machen und hat nur zweimal die Woche Zeit für mich, dann musst du für dich selber überlegen, ist das der richtige Mann für mich. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, okay, ich ändere den jetzt. Ich bringe ihn dazu, dass er statt fünfmal nur mehr dreimal geht, damit ich mehr Zeit mit ihm habe. Nein, dann macht es mehr Sinn zu sagen, okay, wir passen nicht zusammen. Ich hätte gerne einen Freund, der lieber viermal in der Woche mit mir zu Hause ist und nicht nur zweimal. Und da ist wirklich, da musst du die Entscheidung treffen. Wenn du einen Mann nimmst, nimmst du ihn so, wie er ist. Und du nimmst ihn nicht und sagst, ha, den verändere ich jetzt noch und dem bringe ich andere Verhaltenweisen bei. Nein, du nimmst ihn so, wie er ist. Und das führt mich zum zweiten Punkt, die zweite Sache, die ein Mann braucht, um dich zu seiner Nummer eins zu machen, ist Liebe. Ein liebevoller Blick, eine liebevolle Berührung. Einfach das Gefühl, von dir geliebt zu werden, so wie er ist. Und das führt uns zum nächsten Punkt, Nummer drei. Ein Held sein können für dich. Irgendetwas für dich tun können, was du ohne ihn nicht schaffen würdest. Irgendetwas, wo er dich wirklich unterstützen kann oder was schwer für dich wäre. Und hier ist ja wieder die Diskussion, vielleicht kennst du schon die Diskussion mit dem Marmeladeglas. Soll ich jetzt nie wieder das Marmeladeglas aufmachen, nur damit er mir immer helfen kann? Nein. Sondern es geht darum, ihm Dinge abzugeben, die schwer für dich sind, die dir keinen Spaß machen, die dich anstrengen. Oder generell auch echt Dinge, die du vielleicht wirklich nicht kannst. Also wenn wir mit dem Boot rausfahren, möchte ich nicht den Anker wieder hochziehen mit so einem kleinen Boot, wo das nicht elektronisch passiert, sondern ich möchte, dass er das macht. Mir ist das zu schwer. Natürlich kann ich es irgendwie, aber dann reiße ich mir wieder die Fingernägel ab oder keine Ahnung. Und es ist einfach hart. Ich will nicht. Ich will einfach da sitzen, die Sonne genießen und er soll das machen. Das macht einen Mann glücklich. Das macht ihn wirklich glücklich, wenn er Dinge für dich tun kann. Und du musst dir das so denken. Wenn der regelmäßig Dinge für dich machen kann, bindet er sich emotional mehr an dich. Das heißt nicht, du sollst dich jetzt dann irgendwie dumm stellen, sondern finde einfach Dinge, die schwer sind oder unangenehm sind. Und generell ist das eigentlich schon Punkt Nummer 4, dass er dich generell unterstützen kann und viel für dich tun kann. Früher waren Männer ja für dein Überleben verantwortlich, weil er ja Geld verdient hat und du quasi auf die Kinder geschaut hast. Das kann er heute nicht mehr. Jetzt braucht er eine andere Möglichkeit, um dich zu unterstützen und sich in seiner Rolle als Mann einfach wohlzufühlen. Finde also viele Dinge, wo er was für dich tun kann. Sei es, dass er dich wohin fährt oder dir einfach unter die Arme greift. Nummer 5 natürlich guter Sex. Das Gefühl, dass eure Sexualität erfüllend ist für euch beide, das macht einen Mann glücklich. Und ja, das ist auch so ein altes Klischee, aber ja, das bindet einen Mann an dich. Und die sechste Sache, die er braucht, um sich wirklich glücklich mit dir zu fühlen, ist, er braucht eine glückliche Frau. Es ist deine Aufgabe, mit deinem Leben glücklich und zufrieden zu sein. Es ist nicht seine. Es ist nicht seine Aufgabe, in dein Leben zu kommen und alle deine Probleme zu lösen und dich glücklich zu machen. Ja, er will dich glücklich machen, aber es ist deine Aufgabe, selbst dafür zu sorgen, dass du mit deinem Leben glücklich bist. Er kann nur dann glücklich sein, wenn du es bist. Und das sieht man manchmal, wenn man so Paare sieht, wo die Frau die ganze Zeit so grumpy ist und schlecht drauf ist. Der Mann kann an ihrer Seite nicht glücklich sein. Er fühlt sich ständig als Versager. Auch wenn sie nicht wegen ihm schlecht drauf ist, sondern wegen der Arbeit oder wegen ihrer Gesundheit oder irgendwelchen Dingen. Aber er fühlt sich immer dafür verantwortlich. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig. Und es ist ja nicht nur für ihn gut, dass du glücklich bist, es ist für dich gut. Weil dann lebst du ein Leben voller Fülle und voller Freude und sagst, wow, ja, ich bin glücklich mit meinem Leben. Dann ist es auch nicht mehr so wichtig, ob du jetzt den Mann schon hast oder ob du ihn erst kennenlernen willst. Und das wäre der erste Schritt für mich in eine glückliche Beziehung wäre, ein glückliches Leben zu führen. So, wie kannst du das jetzt umsetzen alles, ohne dich selbst aufzugeben oder dich selbst zurückzustellen? Indem du den richtigen Mann aussuchst. Ja genau, ich sag's nochmal, indem du den richtigen Mann aussuchst. Halte dich fern von toxischen Männern. Diese Männer werden immer über deine Grenzen gehen. Es gibt kein YouTube-Video und kein Coaching, das dir beibringen kann, einen toxischen Mann so umzuprogrammieren, dass er plötzlich empathisch und liebevoll ist. Das gibt's nicht, wird nicht passieren. Also halte dich fern von toxischen Männern. Wenn du einen toxischen Mann hast, kann das nicht funktionieren. Weil er wird dich nie wertschätzen, er wird immer über deine Grenzen gehen. Zweitens, halte dich fern von unreifen Männern. Sogenanntes Peter-Pan-Syndrom. Das sind Männer, die in ihrem Kinder-Ich stecken geblieben sind. Die sind wie Teenager, die übernehmen keine Verantwortung fürs Leben. Die sind einfach nicht in ihrer Kraft, die sind noch nicht erwachsen. Mit so einem Mann kannst du niemals die glückliche Beziehung führen, die du führen willst. Warum? Er wird immer dich alles machen lassen. Du wirst am Ende immer alle Entscheidungen treffen. Er wird alles von dir abhängig machen und es wird dich ausbrennen. Und auch hier, es ist nicht deine Aufgabe, diesen Mann zu therapieren. Es ist nicht deine Aufgabe, zu sagen, so, jetzt habe ich da meinen Teenager und jetzt bringe ich ihm bei, wie das Leben funktioniert. Das ist die falsche Dynamik. Wie soll denn das jemals zu einer leidenschaftlichen, erfüllenden Liebe führen? Drittens, halte dich fern von Männern, die nicht wissen, was sie wollen. Oder die nicht bereit sind für eine Beziehung. Warum? Wenn einer von Anfang an schon sagt, ich weiß nicht, was ich will und ich weiß nicht, ob ich eine Beziehung will, dann hat er gar nicht die Bereitschaft, überhaupt in dich zu investieren. Dann hat er gar nicht die Bereitschaft, dich zu Nummer eins zu machen, weil er noch nicht das Bedürfnis hat, eine Frau in seinem Leben zu haben. Und da verschwendest du Monate, Jahre deiner wertvollen Lebenszeit mit jemandem, der dann am Schluss sowieso sagt, ja eigentlich bin ich nicht bereit für eine Beziehung, tut mir leid. Und halte dich fern von Männern, die vergeben sind. Du willst deine Nummer eins sein, darum geht es in dem Video. Ja, einer, der vergeben ist, da bist du von Anfang an die Nummer zwei. Wie soll das funktionieren? Und diese Männer machen dich wahrscheinlich nie zur Nummer eins. Da gibt es wirklich Statistiken dazu, die sagen, wenn der Mann sich nicht in den ersten drei Monaten, wo er die Affäre kennengelernt hat, trennt von seiner anderen Beziehung, wird er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nie trennen. Es gibt Ausnahmen natürlich, die trennen sich dann nach ein paar Jahren, da habe ich alle schon gehört, aber auch schon gehört von einem, der hat sich nach zehn Jahren getrennt und sich dann eine andere Frau genommen. Aber im Endeffekt, das ist nicht das, was du willst. Halte dich fern von diesen Männern und dann klappt es auch mit der glücklichen Beziehung. Wenn du Coaching mit mir machen möchtest, meine Liebe, es gibt da einen Link direkt unter dem Video. Dann auch am Ende in der Mitte, da kannst du dir mehr Informationen dazu holen. Und du kannst natürlich meinen Kanal kostenlos unterstützen, indem du meinen Kanal abonnierst und das Video mit deinen Freundinnen teilst. Ich danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.